Und hier haben wir die Manker ML No Ways, ein Positionslicht oder als Beinklampen, hier mit dem Gürtelclip. Rot-Blau abwechselnd hier der Blinkmodus. Hier in einer längsameren Frequenz. Und nochmals schneller. Rot-Einzel, Blau-Einzel und abgestellte. Wir können separat hier zum weissen Licht wechseln. Hier drei verschiedene Gälligkeitsstufen. Und nochmals Rot-Tour hier in diesem Modus. Hier kann man die Lampe im Prinzip abstellen. Und direkt mit einem Knopfdruck in den Rot-Blau-Blinkmodus hinein wechseln. Oder natürlich auch in weissen Modus mit einem Doppelklick über den Wechseln. Die Lampe abstellen je nachdem und mit einem einzigen Druck anlassen. Direkt im weissen Modus. Kommt davon an, ob wir sie im weissen Modus oder im blau und rot Modus abstellen. Dann geht es dann automatisch in diesen Modus-Retour beim Anlassen. Das Modell ist aufladbar via Micro-USB-Ladenbord. Das Datenkabel ist bereits im Lieferumfang enthalten. Und auch hier separat noch so eine Bike-Montagehalterung. Ist also so inklusive. Die hier mit der Führung. Das heisst wir können die Lampe dann direkt einklicken. Das ist die Manker ML No Ways. Bis zum nächsten Video.